Wir fahren nach Bethlehem. Jesus, Bethlehem. Da waren wir eh schon so oft. Ich hab's. Wir fahren nach Lourdes. Maria springt auf und sagt, Jö, Fan, da war ich noch nie. Heimatlicher als Deutsch, weil es trotz allem, obwohl das Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefüllt ist, ist das irgendwo die Sprache vom Herz. Maslow! Chega! Das ist doch ganz governments. Hallo! Ja, das ist doch, was wir heute? Ja, das ist doch alles! Die Idee, die Liebe! Wichtig. Das ist doch ein Mensch! Ich bin etwas mehr. Untertitelung des ZDF, 2020